Also ich habe mich die ganze Konferenz über eigentlich sehr wohl gefühlt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für uns das erste Mal. Ich glaube, wir sind auch überhaupt die erste Genossenschaft, die dieses Videoformat jetzt hier benutzt hat. Es hat alles super geklappt, die Qualität war wirklich top. Also man konnte sich prima verstehen, man konnte in der Gruppe als Ganzes reden, man konnte jeden Einzelnen ansprechen, jeder ist zu Wort gekommen. Also das war wirklich eine runde Sache, weil wir auch eben ein wirklich gutes Betreuungsteam haben.